Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ähm, Assassin's Creed Rogue. Ähm, das hier habe ich fertig. Würde ich ja gerne die noch fertig machen wenigstens. Da ist wir starten. Ja. Und machen da die Reihen nach oben. Da haben wir zumindest hier zwei Bezirke fertig. Das Geflüster macht einem Angst, ey. Ja. So. Ich bin mir. Liebe Dame. Oh, ist ganz schön weit oben. Kommt's mir vor. Ah ja, da auf dem Dach. Oh. Ah ja. Ah. Oh. Ja. Wann? Ach, jetzt halt aber. We're not done here, Smith. You can grab later. Hey, down. Fragmentruhe. Fragmentrenovierung. So, die Idee. Dann haben wir hier was nochmal? Drei Bezirke. Ja, okay. Aber quasi dann. Halb New York. Fertig. Sehr gut. Sein hoch, genau. Hä? Ja. Ach. 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 sehr gut dann direkt zu dem aussichtspunkt hat er die drühe nicht gezielt spiel verarscht mich schon manchmal da ist auch einer ich habe gerade den anderen gesehen nach mir scheiße verkehrt gemacht jetzt hole ich trotzdem erstes fragment ich kann euch nicht genug danken ihr seid ein held ob man da wieder ein gegner angeblich ist ich sehe keinen das kommt mir von hier schon richtig vor 200 meter in die richtung noch mal ich dachte mir so dass früher das schon gewonnen dass die das überhaupt funktioniert hat ich habe ich 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 da hinten oder frenchman in zeit okay so ich natürlich wieder recht so lower manhattan ist auch fertig 9600 die ankünfte mittlerweile so greenridge wenn wir hier direkt noch eine drühe also für mandrur den aussichtspunkt mission dafür hierher wieder reisen und wir vielleicht unser geld mal abholen schadet nicht naja das war genau das erste banditenlager dass wir da befreit haben ich muss sagen schon sehr abwechslungsreiches spiel ist doch alles gleiche also in dem spiel natürlich nur Sichtsturm. Da ist eh wieder oben ein Animus-Fragment drauf. Welche Überraschung, das hatten wir ja noch gar nicht. Wie gesagt, besser hätte ich es halt dann gefunden, wenn ich dann trotzdem wieder so wie früher auch oben synchronisieren durfte. Früher war es ja auch egal, ob ich auf den Aussichtspunkt oder auf der Spitze war. Das ergibt ja auch nur Sinn, dass es egal ist. So, ist aber eh nichts Neues, ne? Oh ja, wobei... Taverne. Den wollen wir auch noch machen. So. Kommen wir dann Wohlstand, Ruhe, Missionen. Sehr rein, vorgemachen. Da war wohl irgendwo ein Aufzug. Hab ich nicht gesehen. So. So, rein, da. Komm. Und einmal wieder vier Leute verbrügelen. Jetzt sind es ja diesmal fünf. Da ist es ja noch nicht. Gut. So, ich will mal ein Gerücht hier. Ein Nachschublager, da waren wir aber eh noch nicht. So, jetzt einmal den Reichtum nach vorne holen. Der ist da oben mit dem Baum. So, der ist da oben, der Schatz. Da wieder so ein Haus. Na, langsam erkenne ich hier in New York zumindest die Assets wieder. So, Liebkosung von Stahl. Ach, da sagt's jetzt nix, Shay. Wann hat sich da beschwert, erinnere ich mich? Ihr besitzt eine verborgene Klinge? Dachtet ihr, ihr wäret der Einzige? Nun ja, vermutlich. Wo habt ihr sie her? Eine Spende der Bruderschaft. Verstehe. Unser Einsatz war ein Erfolg. Die Armee könnte jetzt jederzeit aktiv werden. Gut. Uns fehlen die Männer in New York, um uns um die Banditen zu kümmern. Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endgültig los. Ich mache mir mein Glück. Jetzt lasst uns der Schlange den Kopf abschlagen. Sir, ich bestätige, die Frau ist im Haus. Perfekt. Zeit, sie auszuräuchern. Ich gehe rein und hole Hof. Feuer! Ihr hört den Hauptmann, Männer! Feuer! 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 Sie schießen zurück! Lasst keinen Rotrock am Leben! Hint der Kong! Hint der Kong! Hint der Kong! Oh, dann gibt es aber. Sag mal, das ist hier irgendwas. Man muss ja was geben. Ich schiebe die Stadt gesaubern! Anreffen! Bastel zum Bescheid! Ich komme hier aus! Feuer! Nachladen! Bleibt zusammen, Soldaten! Sie haben das 100 Mal der Macht! Feuer! Sie schießen zurück! Sie dürfen nicht siegen! Tötet sie! Vorwärts, Männer! Lasst sie dich entkommen! So, hier haben wir gleich ein paar Drohne. Dann muss ich, äh, Sollte er genau auf der anderen Seite sein. Schauen wir mal ob auf der Rückseite was ist. Ich muss eh da hoch. Was ist da los tun? Jetzt bin ich voll drin, gell? Ihr wart ein braver Bursche. Ich habe keine Ahnung wo. Äh. Da kann ich dran, ne? Ich bin eh so schön immer gekennzeichnet. Der Sound, äh. Also die Rürre muss irgendwo oben sein. Ihr habt weit mehr auf Sauer als erwartet, Jack. Das ist gut. Gift lähmt mein Herz. Ich muss weg hier. Das hilft. Der Wegel hält mein Herz in Gang. Stop! Try running off now! Let's ground. Got him sighted! Don't give him the satisfaction of flipping orting! Find him again! Hey! I can get him from here! I can get him from here! I can get him from here! Hey, you! Stop! After him! I can get him from here! Kommt jetzt her hier! Ja! Ja! Ja. Oh, es läuft so schnell. Oh, 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 oh. Ja. Ihr seid spät. Schon wieder, Shane. Hope. Ich wollte das nicht tun. Ich trainierte euch dafür. Ich habe es nicht anders erwartet. Warum? Um Liam Zeit zu geben. Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte. Ich werde ihn aufhalten. Er wird dich erwarten. Schade. Ihr hattet so viel Potenzial. Das ist ein Triumph für Decency über Larcenie. Oh, das ist wahr. Da nicht in Kämpfe wickeln lassen, das ist, weiß ich nicht, unmöglich in meinen Augen. Da gibt es mit Sicherheit nur einen einzigen Weg, der das zulässt. Also Nordamerika. Das ist River Valley. Nö. Nordatlantik. Da muss ich diesmal hin. Da, wie immer, kam nämlich mal auf, werde ich angerufen. Da, Nordatlantik. Ey. Weil, waren wir schon, aber erledigt haben wir hier noch nichts, irgendwie. Die Frage, ob ich das nicht machen will. Eigentlich kann ich da auch darauf warten, bis ich mich die Mission hinführt. Also wir einfach mal hier hin machen, die Mission weiter. Wer war das denn jetzt? Welche Stimme? Los, Team. So. Gehen wir mit, Captain Cook. Einige Sätze außer unseren. Master Cormac. Was verdanke ich die Ehre? Ich wollte Vorräte aufnehmen, als ich hörte, der talentierte Captain Cook sei hier. Auf ein Wort? Zu euren Diensten. Wie immer. Ich suche nach einem Mann. Captain Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Vérondrie. Der Entdecker? Ich hörte von ihm und seiner illustren Familie. Ich muss ihn sehen. Ah, entsendet ihm einen Gruß. Oder... Nicht. Vor ein paar Tagen segelte er ostwärts mit Kurs auf Antikosti. Hm, gewiss. Ich rate zur Vorsicht. Oh, ich war bereits dort. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich segle Richtung Conception Bay, falls ihr weitere Unterstützung braucht. Vielen Dank. So, wollen wir uns endlich mal dem... Der Großmeister ist der Freud, Che. Was... Unsympathischen. Unsympathischen. Darf ich nicht. Okay. Ja, ja. Machen wir aber die Truhe und... New York vollbrachtet... Nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ordnung wiederhergestellt ist. In New York gab es nie Ordnung, Gist. Aber ohne Hope... Vielleicht. Es mag euch nicht leicht gefallen sein, Freund. Aber ihr tatet das Notwendige. Das sage ich mir auch immer. In New York sind wir die Assassinen fast los. Und es ist nicht so, als hätten sie nicht versucht, euch das Leichenhemd anzuziehen. Ihr hattet keine Wahl. Ich beschloss, das Los der Templer zu teilen. Und wir sind froh, dass ihr es tatet. Wer weiß, ansonsten hättet ihr euch an Master Kenways Schwertspitze wiedergefunden. Oder eurer. Wohlgesprochen. Seht, Che, durch Hopes Tod habt ihr nicht nur euer Leben und das von New York vor dem Gift der Assassinen bewahrt. Ihr habt auch erfahren, wohin uns der Weg führt. Unsere Aufgabe ist einfach. Eine Gruppe von Mördern an der Zerstörung einer weiteren Stadt zu hindern. Gewöhnliches Tagwerk. Eines langen Tages, Gist. Ich will nicht gefühllos sein, Sir, aber... Was habt ihr aus dem Tod der Dame gelernt? Dass sie klüger ist, als ich dachte. Sie wollte Liam nur genug Zeit geben, den Chevalier zu erreichen. Sie haben sicher schon Segel zur Vorläuferstätte gesetzt. Entschlossen bis zum Schluss. Ich muss sagen, ich bewundere die fehlgeleitete Maid. Ich nicht. Ein Wahl in Sicht. Die Assassinen verfolgen ihr törichtes Ziel weiter. Sie suchen verzweifelt nach einem Edensplitter. Vor allem jetzt, da die halbe Bruderschaft tot ist. Nicht möglich, okay. Hallo, Entschuldigung. Wir stoßen zusammen, Käpt'n. Käpt'n, da müsst ihr sie treffen. Hier ab. Segel auf, Geist. Feuer. Das ist ihr Schwachpunkt. Trifft sie dort. Bereit zu feuern, Käpt'n. Feuer. Feuer. Ja, Käpt'n. Ein guter Treffer kann reißen. Das heißt, es ist die Schwachstelle, Käpt'n. Schönen Zu gut, das Nackelgewehr. Ja, können wir in die Flotte schicken, warum nicht? Wir können ja jederzeit Schiffe verkaufen. Deswegen mache ich mir da auch echt wenig Sorgen. Der Wind gefällt mir nicht, Sir. Der ist böse, der Wind, ne? Aber da ist eigentlich... Da sehe ich jeden immer nicht, ne? Hier sehe ich glaube ich das Inventar. Na ja, zumindest 180 Holz und Metall ist jetzt nicht viel, aber ist zumindest was. Geht natürlich nicht, muss doch von dem Schiff hier. Hallo Pinguine, ich springe hier ins Wasser, wenn ich durch euch durchlaufe. He he. Cool. So, gut. Zurück zum Schiff. Dann, wie gesagt, noch hier oben das Fragment. Bauen wir dann den Antikosti segeln. In dem Eisberg, ha. Feuer! Ja! Riesen Wellen vom Käpt'n! Sir, von vorne! Ich bin beim Fliegen, der Löffer da. Ah ja, das mit den Wellen ist ja eigentlich auch ein cooles System. Könnte wertvoll sein. Gut, aber die Mission gehen wir beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut bis dahin. Tschüssi. Und wir Oy attacken, der Löffer da Fragment ist. Ich bedanke mich. På five Convenen spü blurry. fest wie weiteres an.